Was der Boss jetzt kann, der kann wieder diese Eis-AOEs auf dem Boden, die Blutung verursachen. Ja, dann kann er diesen Erzge, wo vier Kreise hintereinander in einer Linie auf dem Boden kommen, die größer werden, deswegen unbedingt wieder nah dran stehen. Weil wenn du weiter weg stehst, kann es sein, dass du zwei von denen abkriegst. Und diese Feuer-AOE kann er auch. Diesen Drachen zahlen, wie das heißt. Ja, das ist der härteste Boss auf allen Wegen, dafür ist der Weg bis auf ein Event, ganz einfach. Okay, lass doch die Drachen mal weg, oder nicht mehr. Irgendwas. Apropos, wo ist denn der? Der ist hier online und kommt nicht. Das wird schon sein Grund haben. Ah, wir haben den vergrault, der hat ja kurz reingehört und ist jetzt weg. Aber ich bin nur am Weglaufen. Ja, deswegen ist das mit Ausweichen eigentlich. Äh, ja. Aber ich, wenn man dann so oft ausweichen kann. Ja. Ja, also. Das stimmt. Need Elan. Ich gehe gleich um für den Boss. Boah! 30k. Ja, das ist die Erdauerwege. Also Schatz, Film heute Abend wird nix mehr. Ne, so kein Thema. Dann heißt der Film für heute Abend als Subjekt Alpha, macht dir nix. Ja. Oh, wie geil. Einen Abend an nem Boss swipen. Hey, ich hab... Ich befürchtere, den wär wir droschen schaffen. Ich möcht dich nicht traurig machen, Schatz, aber der wird liegen. Oh, Mino. Das vermisst ich so sehr. Drei Abende hintereinander an nem Boss hängen und weisen. Das wird dir hier nicht passieren, ne? Ne, das wird dir hier nicht passieren. Das heißt, wir können ne Gruppe zusammenstellen, mit der das möglich ist. Okay, damit ich anführe. Fällt mir ein, wo ist eigentlich Töx? Ich mach mal grad die Balkontür was auf. Gute Frage. Der Töx ist nicht da. Ähm. Nein. Ach ja, wie schön. In so Momenten wie diesen. Ne? Ein Storchschokoladenrisen. Da klicke ich im Mumble immer auf mein kleines... Was ist das? Ein Briefchen? Ne? Und freu mich. Uuh. Überwest. Ach, oder hast du ein neues reingemacht? Nein. Ach so, ne, du hast... Ah, versteh, jetzt hab ich's verstanden. Ah, kompliziert. Ah, der Arne denkt immer um Ecken, die gar nicht da sind. Irgendwie ist es schon ein bisschen wieder... äh... ...duscht. Ich klicke mich auf mein Gehirn, das ist viel lustiger. Das ist irgendwie... Echt bescheidert. Ja. Ah, nein. Okay. Okay. Hey, jetzt gehen wir weiter raus. Respekt jetzt, was Respekt. Bisschen Lange. Oh, come on!